so hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen projekt und zwar geht es hier um diesen super süßen kinderzimmer schrank oder auch für jeden anderen aber erwachsenen kleiderschrank genau wir verwenden hier im kinderzimmer richtig und der ist ganz ganz einfach nachzubauen und wie wir das machen das zeigen wir euch in diesem video wir wünschen euch ganz viel spaß genau und viel spaß beim nachbauen vielleicht auf geht's wir sind bei mir in der werkstatt angelangt und ich würde sagen wir machen uns vorweg erstmal eine ganz ganz grobe skizze damit ihr wisst um was es geht und damit wir auch wissen was wir bestellen müssen was wir zuschneiden müssen so ein whiteboard kann ich eigentlich jedem empfehlen der eine werkstatt hat beziehungsweise etwas platzt ansonsten macht euch eine skizze das ist ganz ganz wichtig also steffi möchte einfach ein kinderzimmer schrank haben der die breite von 900 millimeter hat und die gesamthöhe von was hat sie gesagt 1800 millimeter und das ist der schrank zack im grunde ein rechteckiges rechteckiger kasten mit zwei türen und unten kommen vier füße dran ganz simpel ganz einfach das ganze werde ich aus multiplex machen und in drinnen machen wir ein paar einlegeböden und das ganze wird dann in weiß lackiert ganz einfach und für den korpus verwende ich 18 millimeter starkes multiplex in birke das habe ich mir bereits fertig zuschneiden lassen bei meinem partner platten 24 link findet unten in der video beschreibung kennst du wahrscheinlich schon und den rabattcode auch übrigens könnt ihr dort auch andere sachen bestellen außer plattenmaterialien unter anderem auch zylinder in acryl oder milch hirch je nachdem also die sind ganz ganz breit aufgestellt es gibt natürlich auch zubehörmaterialien wie kleber und so weiter und so fort also schaut euch mal die seite an es lohnt sich vor allem mit dem rabattcode die platten sind jetzt fertig zugeschnitten das ist ganz ganz wichtig dass die 90 grad winkel haben wenn ihr das zu hause selber macht ihr könnt euch natürlich auch größere platten bestellen die dann zu hause auf maß zuschneiden ganz ganz wichtig überprüft den 90 grad winkel ich glaube ich habe das schon ganz ganz oft erwähnt bitte bitte macht das das ist ganz wichtig damit eure türen beziehungsweise die spaltmaße nachher auch passen ja und dann müssen wir das ganze jetzt nur noch zusammenschrauben ich habe mich da auch wieder für eine einfache verbindungsart entschieden genauso wie bei der sitzkommode mit steffi dass wir dafür den undercover schick von wolfkraft verwenden sprich wir können das ganze jetzt vorbohren und dann wieder komplett zerlegen und bei steffi wieder zusammenbauen weil so ein schrank lässt sich ja schlecht transportieren je nachdem was man für ein auto hat und da ist diese variante eigentlich sehr sehr gut ihr könnt natürlich auch das ganze mit flachdübel verbinden aber ihr müsst bedenken ihr müsst das ganze dann vor ort zusammenschrauben also zusammen verleihen und ihr müsst dann wieder zwingen und so weiter und so fort das heißt wir haben quasi noch mal einen arbeitsschritt dazu und bei dem bei der schraubverbindung haben wir quasi nur einmal bohren und fertig und wir schrauben das ganze für mich ist es viel viel einfacher und ich denke für dich als laie auch sprich wenn wir alles fertig gebohrt haben haben wir insgesamt vier teile und ich habe jetzt hier pro seite sechs löcher gemacht beziehungsweise bohrung und ihr seht jetzt hier schon die eine platte ist ein bisschen anders als die anderen was habe ich getan ich habe hier mit schraub zwingen beziehungsweise mit einhand klemm zwingen habe ich hier eine schöne eichenleiste draufgeklebt könnt ihr wenn ihr das zur verfügung habt beziehungsweise die materialien könnt ihr das gerne auch tun müsst ihr aber nicht warum weshalb ganz einfach der schrank wird dann nachher komplett weiß die griffe werden wahrscheinlich aus eiche sein so ganz kleine knaufgriffe die habe ich bestellt und die füße letztendlich auch und damit sich das so ein bisschen widerspiegelt haben wir oben eine eichenleiste in der mitte zwei griffe und unten füße aus eiche und das teil nennt man anleimer oder umleimer den könnt ihr ganz einfach befestigen grundvoraussetzung ist natürlich dass diese leiste komplett gerade ist dann nehmt ihr euch ein paar zwingen befestigt das ganze und danach müsst ihr den anleimer oder umleimer besser gesagt umleimer bündig putzen mit dem hobel mit längshobel und dann sieht die sache dann so aus wer das kann der sollte das tun dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus beziehungsweise es gibt den ganzen so ein bisschen mehr kontrast so und jetzt können wir das ganze auch zusammenbauen nein wir bauen es jetzt noch nicht zusammen denn das loch raster system 32 mm abstand wo ich dann später meine einliegeböden reinsetze das fehlt natürlich und das sollten wir natürlich jetzt bohren und dazu verwende ich hier diese tolle dübelleiste oder dübellehre von wolfkraft damit könnt ihr natürlich auch noch andere sachen machen außer nur löcher bohren ich muss sagen das ging recht zügig ist richtig toll und habe ich bis jetzt auch in jedem möbelbau habe ich die verwendet bis jetzt ja kann ich euch wirklich empfehlen verlinke ich euch unten in der video beschreibung und nachdem wir das ganze jetzt gebohrt haben können wir auch loslegen mit dem zusammenbau ich würde euch das empfehlen das ganze vorweg mal zusammen zu bauen und zu prüfen ob das auch alles passt und beim zusammenbauen könnt ihr so wundervolle eckenspanner verwenden von der firma wolfkraft die erleichtern euch das zusammenbauen ungemein also kosten nicht die welt und sind wirklich sehr sehr nützlich vor allem bei so einem großen schrank jetzt habe ich das ganze erst mal zusammengelassen und ich werde jetzt die türfronten anschlagen und dazu nehme ich natürlich topfscharniere topfscharniere von der firma hätte ich ganz einfach es gibt wirklich ganz ganz viele unterschiedliche sorten bzw drei stücke kenne ich jetzt persönlich anschlagstechniken einmal vorne aufschlagen das heißt vorne auf den korpus bündig und einmal innen liegend oder zurückspringend ich habe mich dafür entschieden für die variante dass das innen liegend ist und dann bündig dementsprechend ich habe jetzt für die tür die ungefähr eine höhe von 1,60 m mich für drei stück entschieden sprich ich habe von unterkante korpus bis mittelpunkt 10 cm genommen dann einmal die mitte und mir ein strich rüber gezogen dann gibt es ihr könnt das per hand anzeichen und so weiter und so fort ich hatte im letzten video oder bei der kommode hat es gezeigt gehabt es gab eine wunderschöne schablone von der firma hätte ich in blau und es gibt ein set was ich euch auch mal zeigen möchte von der firma wolfkraft dort habt ihr ein forstener bohrrad 35er passend schon und eine bohrschablone das ganze wird auch hier hinten ganz genau beschrieben wie ihr das ganze ansetzen müsst natürlich müsst ihr immer beachten dass die anschlagsart also ob ihr jetzt innen liegend habt oder außen anschlagend oder aufschlagend und die schablone setzt ihr wie folgt an wir haben hier ein loch abstand von 37 mm sprich zack mittelpunkt und ich kann mir hier schon die zwei löcher bohren das sind dann das gegenstück von diesem band das dann hier reingeschraubt wird und zack hier zeichne ich mir laut hätte ich sind das glaube ich 21,5 bis mittelpunkt 35 mm forstener bohrer habe ich hier und bohr das ganze und dann können wir das ganze schon zusammenschrauben den einzelnen schritt werde ich jetzt euch nicht zeigen wie gesagt oder ich sage euch immer nimmt euch vorweg zwei platten und macht erst mal eine probeverbindung bevor ihr euch an den fertigen möbelstück oder an den fertigen teilen traut nicht dass ihr euch irgendwie verrechnet oder mal falsch bohrt das geht ganz ganz schnell passiert auch mir heute noch also wie gesagt macht euch ein probestück die türen habe ich jetzt mal probeweise angeschlagen das ganze sieht schon mal sehr gut aus natürlich gibt es eine feineinstellung die mache ich dann später wenn das ganze steht und die rückwand drin ist die verschraube ich nämlich vor ort und jetzt wird das ganze geschliffen und dazu nehme ich einfach mal einen exzenter schleifer schleift das ganze schön an und danach wird das lackiert und dann lackieren wir das ganze diesmal nicht mit der rolle sondern mit der spraydose vorweg nehmen wir einen wood primer beziehungsweise eine grundierung und grundieren das ganze was richtig tolles ein sprühpistolen halter oder spray master auch genannt den könnt ihr oben drauf stecken und dann könnt ihr wunderbar das ganze aus dem handgelenk lackieren wie ein richtiger profi wie ein richtiger lackiermeister quasi und die oberfläche hat genau die gleiche güte sage ich jetzt mal so aus dem stand jetzt raus also für mich ich nehme das so war wie eine lackierpistole eine richtige mit druckluft ich habe das ganze jetzt grundiert das ist mittlerweile auch schon getrocknet und jetzt werde ich das ganze mit ein aqua eco plus lackieren und zwar in weiß matt von dupli color und das tolle daran aqua sagt ja schon der name es ist auf wasserbasis und dementsprechend werde ich das jetzt lackieren ein kleiner tipp von mir es gibt unterschiedliche sprühköpfe die auch beispielsweise in breit gefächert sprühen das kann ich euch auf jeden fall empfehlen die standard köpfe sind die sprühen halt so kegelförmig oder rund und damit könnt ihr wirklich schöne flächen lackieren so richtig glatt wie ein baby popo über das thema sprühdose also wie ihr mit einer sprühdose lackieren könnt darüber gibt es ein extra video das werde ich dir mal hier oben verlinken worauf müsst ihr jetzt hier achten ganz ganz einfach dass ihr mit einer sprühdose jetzt nicht so nah ran geht sondern dass ihr wirklich den mindestabstand von mindestens 30 cm einhaltet ich glaube das steht auch hinten drauf ich weiß es ist nicht so genau 20 bis 30 cm was passiert wenn es nicht macht ganz klar dann entstehen ganz viele bläschen das müsst ihr beachten ansonsten schaut euch das video an und ich würde jetzt sagen wir bauen den schrank zusammen und fertig ist der kinderzimmerschrank wir haben das ganze jetzt zusammengebaut hinten die rückwand eingeschraubt wie gesagt mit dem falz hinten und dann habe ich unten nochmal möbelfüße angeschraubt die sollen allerdings sind eiche sein leider kamen die im falschen holz tropenholz und was weiß es nicht auf jeden fall keine eiche war das ändern wir noch später ändern wir noch weil der kontrast soll ja so sein oben eiche leiste zwei eichen knöpfe wie hast du ausgesucht sehr schön und unten soll natürlich auch eiche beine sein die sind ganz einfach zu montieren einfach zum rand schrauben wirklich sehr sehr einfach und kosten nicht die welt das heißt dass selber bauen erspart ihr euch für mich und es sollte auch ein projekt sein für jedermann der es dann zu hause nachbauen kann in drinnen haben wir noch mal vier einlegeböden gemacht dazu habe ich eine weiß beschichtete dekorplatte genommen andere aufgebügelt fertig auch ganz ganz einfach und abwischbar und abwischbar ganz wichtig und möbel knäufe was war dir da wichtig die hast du nämlich ausgesucht haben da echt lange dran gesessen ja und lange ausgesucht lange gesucht meine ich ja ich wollte einfach die eiche optik aber ich wollte nicht so so dicke klumpen da dran die sollten zart aber konisch sein dass man sie gut reifen kann aber eben dezent und ich glaube das waren auch die letzten falls wir die noch finden sollten wenn wir euch hier unten verlinken ja ansonsten ist das wirklich ein tolles projekt aber schön und vor allen dingen praktisch und sinnvoll und ich bin gespannt natürlich ob die mädels das gut finden und auch gut anwenden und verstauen ich bin mir sicher ja ich würde sagen auf geht's nächste projekt ins nächste projekt wir haben viel zu tun wir haben noch einen richtig tollen tisch und wenn du das alles mitbekommen willst dann unbedingt ein abo da lassen hier unten ist der abo button daumen hoch nicht vergessen ganz wichtig daumen hoch kommentare sind auch immer toll ja wie hübsch findet ihr steffi könnt ihr mal gucken nein wie toll findet ihr den schrank und ich würde sagen ja nächste woche sehen wir uns wieder um 19 uhr bis dahin euer mr handwerk entschuldigung eure mrs handwerk und steffi tschau ja hier ist der ausgang ja